eine wunderschöne da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch ja zu einem neuen video wie ihr seht ich habe hier schon nicht auf der seite vorbereitet ich habe vor einer ganzen weile die play brush bekommen über die werbung stehen über eine webseite über seine kampagne wo man sich hat bewerben können um die zu testen wir haben jetzt nicht das modell was da im bild ist wir haben jetzt das für kinder es bringt jetzt weil bluetooth nicht alles so ein bisschen ausgefahren schon die hat die kleine schon genüge genutzt da kommen wir nachher noch dazu und das soll jetzt erst mal so ein vorläufiges fazit video sein ich glaube zwei wochen benutzen also rund about zwei wochen unboxing hardware also vorstellungsvideo habe ich gemacht wollte aber mit der veröffentlichung warten bis wir die ein bisschen testen konnten das ist jetzt soweit also werdet ihr wahrscheinlich schon im vorfeld unboxing und hardware video gesehen haben das ist eine zahnbürste eine ultraschall zahnbürste sowie jetzt mitgekriegt habe die ist für kinder ausgelegt gibt so für erwachsene ihr könnt auch ein abo abschließen wo denn die zahnköpfe hier oben die hier einer ist mit bei rechtzeitig immer nach hause liefert bekommt damit da keine sorgen habt habe ich mich aber noch nicht damit großartig beschäftigt wie viel das kostet oder irgendwas dergleichen ich habe mich nur interessiert für die app die app besteht aus zwei sachen also man kann sehen wie man putzt und man kann spiele spielen spiele haben wir überhaupt nicht benutzt das ist halt für kinder die hätten nicht gerne zähne putzen oder um die daran zu führen damit sie dann halt freiwillig oder gut zähne putzen war bei uns überhaupt nicht die intention unsere kleine die putz total gerne zähne also damals überhaupt keine probleme mit aber wir haben immer selber geputzt bei ihr und jetzt sie putzt seit einer gewissen zeit denn auch selber die will halt selber da ist das problem beim nachputzen man will hätte nicht zu viel aber muss halt wissen wo müsste ich denn da noch an weil das sieht man ja nicht wenn man so guckt wo sie putzt hat und das macht sich mit der app super kommen wir auch gleich dazu ich zeige euch erstmal so ein paar bilder ich habe ein paar bilder von der app gemacht und habe die dann bearbeitet weil ein paar daten halt weg mussten logischerweise also begrüßen tut euch wenn die app wenn ihr die startet einmal mit dem bildschirm so dass von den einstellungen ihr könnt dann halt deutsch englisch französisch und natürlich alle ansprachen auswählen ihr habt die möglichkeit die putzdauer festzulegen wie lange soll geputzt werden hier ist dann halt so ein verschleiß ja wie lange man geputzt hat und die zeit wird dann nicht gemessen und dass man halt den korb rechtzeitig austauscht damit man da nicht mit bürsten macht die halt nicht mehr machen so dann haben wir hier dann noch einstellungen wir haben den hintergrund der ist jetzt dunkel den kann man auch hell machen da kriegt augenkrebs macht dunkel datenschutzerklärung kann man dann durchlesen geschäftsbedingungen feedback kann man geben man kann sound an und an ausmachen man kann flugmodus anschalten so dann haben wir hier das ist dann halt die einstellung an sich da war ich ja hier gerade sie sind ein bisschen durcheinander die bilder warum auch immer ich habe die eigentlich in reihe hier eingeführt also hierbei allgemein ist dann praktisch um der erste punkt dann konto dann zahnbürstenreinigung das haben wir auch hier sehen das ist dieser punkt das zahnbürstenreinigung und putzdauer ja und da haben wir auch bei dem untersten punkt putzdauer so das ist jetzt was uns halt am wichtigsten war das ist jetzt so die übersicht wir wollen jetzt zähne putzen ist der zahnputz coach steht oben da steht er ja da habt ihr das icon dass die zahnbürste mit dem mit bluetooth verbunden werden soll und dann könnt ihr musikstil auswählen entspannt motivierend dann könnte auch sagen zahnspange ja nein weil da muss man anders geputzt werden da muss man auch drauf achten wir haben seit eigentlich ohne musik gemacht das ist so die übersicht wenn man ein spiel starten will aber da war ich gar nicht drin also ehrlich gesagt das ist für uns überhaupt nicht von belang gewesen ich weiß von einigen anderen dass die die getestet haben mit den spielen und das läuft ganz gut hier ist der übergang das ein falsches foto hier habt ihr denn nicht wundern ich habe das foto mal ausgetauscht habt ihr mobs von meiner mutter rein gemacht wenn meine frau nicht will also normal ist ihr foto drin von unserer kleinen und das ist jetzt so der wochen kalender wochenkalender von juni ist schon ein bisschen herrlich die fotos gemacht habe wie gesagt und unten habt ihr denn noch nicht geputzt einmal geputzt zweimal geputzt keine ergebnisse und das seht ihr dann wirklich für jeden tag zum balken wie in verschiedenen farben und die kann man dann auch anklicken und sich nähere infos dazu angucken so in etwa wie das das habe ich jetzt ich habe mal das datum nur weg gemacht das ist von der ersten zeit wo wir sie benutzt hatten weil am anfang hat sie mal benutzt man hat sie nicht benutzt ihr seht ihr zum beispiel hat sie so früh und abends benutzt hier hat sie nur abends benutzt ja doch ist der mond nur abends benutzt hier ist frühs und hier ist abends hier ist nur abends hier ist frühs und hier hat sie dann halt die normale zahnbürste benutzt am anfang war es halt auch ein bisschen abends ist er dann halt ein bisschen müder und dann putzen wir den entscheid mit der normalen zahnbürste schon mal nach die haben wir denn schon vorbereitet sie macht denn da da ist dann nichts mehr dran und dann nehmen wir die normale zahnbürste aber auch noch mal ein bisschen dran und putzen dann halt noch mal nach also nicht wundern dass da nur die hälfte zu sehen ist und hier sehen wir denn wenn sie dann geputzt hat wie viel hat sie denn geputzt das was weiß ist was geputzt wird grünes müssen wir noch machen und wie ihr seht hier praktisch die backenzähne oben muss unten auch gemacht werden und so ein bisschen hinten auf der linken seite dazu oben komplett ausgelassen und unten hat und unten hat sie auf der linken seite vorne nicht gemacht auf der rechten seite hat sie unten alle gemacht also 65 prozent könnt ihr dann auch an dieser skala sehen hier sind wir dann schon ein bisschen genauer bei das war der übernächste putzversuch glaube ich war es ich bin mir jetzt nicht so sicher und hier seht ihr hier unten auf den unteren backenzähnen seht ihr da dann noch grün das heißt um ganz genauer zu sein müsste man da halt noch ein bisschen nach putzen so das war glaube der zweite versuch abend aber da war sie halt nicht gut gelaunt da seht ihr 60 prozent nur hier und da hat sie ausgelassen das haben wir dann halt nach geputzt das ist noch mal ein putzversuch ohne das was gemacht wurde dass ihr das auch seht wie grün das ist ja das ist wirklich komplett grün ich habe das mal so man kann nicht in der app auch so drehen dass das dann nach links nach rechts nach unten und so dass man halt wirklich auf alle seiten von den 10 gucken kann und da habe ich das einfach mal kurz laufen lassen und habe gesagt das ist ein putzversuch und hat aber nicht geputzt und dass man halt wird man auch ohne putzen hat man sieht die null ergebnis das ist alles nur grün ach so ich habe ja auch hier seht ihr dass ich das nur gedreht habe so und das ist dann halt von vorne hier habt ihr dann auch noch mal so eine statistik häufigkeit dauer wir haben im schnitt über zweieinhalb minuten immer gemacht und da habt ihr denn hier so eine komplette statistik so dann habt das ist noch mal das bild und das war dann wieder am anfang ja also das ist eigentlich ganz gut meine frau möchte aber halt nicht dass wir das mit den spielen machen weil unsere halt noch freiwillig putzt das gehört darauf können wir zurückgreifen da haben wir was in petto falls denn mal sein sollte dass sie nicht wirklich putzen will das haben wir dann immer noch die möglichkeit zu sagen aber wir können ja mit der zahnbürste auch spiele spielen das halten wir uns natürlich noch im hinterhalt falls es mal so weit kommt was jetzt momentan natürlich noch nicht so ist zur zahnbürste an sich die ist wirklich wirklich cool die hat hier die ist plastik zwar ja aber hier das ist so gummi auch hier hinten ist so gummi und so ein bisschen wie blasen gemacht ist dadurch kann die kleine dazu behalten hat flutscht nicht aus der hand hier unten haben wir denn so zwei erhöhungen dass wenn man so auflegt damit seiten mehr und ihr habt ihr da dann noch mal wie sieht es vernünftig und von vorne sieht es dann etwa so aus bei der großen für eltern da gibt es dann halt natürlich auch verschiedene lichtpunkte außenrum das ist jetzt hier natürlich nicht ich habe die jetzt mal angemacht da seht ihr die hat hier nur den play button also wirklich einfach für kinder man braucht nur draufdrücken play fertig ausmachen alles andere ist nicht die kleine putzt auch sehr gerne damit die liebte den wirklich und ich muss echt sagen ist eine super erfindung vor allem mit dem mit dem rund umgucken und und da wirst du halt als elternteil genau wo du nachputzen musst ja das ist halt wenn wenn sie halt nur die eine seite gemacht hat weil das siehst du wenn man will die kinder ja dazu bringen dass sie selber putzen und dass die eltern nicht nachputzen müssen und sie ist jetzt drei jahre alt und später wird sie das auch vernünftig machen aber mit dem mit der app haben wir halt die möglichkeit zu sehen wir können ihr jetzt den frei rum geben dass sie halt selber putzen kann und wir wissen genau anhand der app wo wir nachputzen müssen also wird der zahnputzvorgang nicht zu lang damit ihr auch nicht zu blöde wird und wir können genau dahin gehen wo sie halt vergessen hat und irgendwann wird sie dann ja soweit sein dass sie das vernünftig macht schon auf eine art und weise oder dass wenn sie älter ist die app zeigen können hier und dann putzt sie nach der app wir haben es jetzt so gemacht dass sie die app nicht sieht wie gesagt wir wollen sie noch nicht den anreiz dafür geben weil wir haben dass wir noch was in der hinterhand haben und sie putzt sie auch freiwillig also da haben wir jetzt nur nicht die probleme und wenn sie dann fertig ist dann gucken wir halt in der app und oben rechts unten links und dann kann man mit der normalen zahnbürste halt schnell nachputzen und dann ist das erledigt also für uns ist es eigentlich richtig richtig geil also meine frau und ich wir sind da mega zufrieden mit die kleine weiß ja natürlich nichts davon die hat einfach nur spaße zähne zu putzen und die freut sich ja und das ist halt ja die hauptsache ja das halt wirklich freiwillig zähne putzt und nicht muss das sein und da kein bock drauf hat weil solange wie das noch so ist können wir das natürlich so lassen und freuen uns und wenn es dann mal so wirklich die phase kommt wo denn ist da haben wir denn im hinterhalt wir können ihr erst mal mit den zähnen zeigen und wenn das dann irgendwann nicht fruchten sollte dann können wir halt sagen hey guck kannst ein spiel spielen teste mal ja und ehe man sich ins spiel rindfuchst und so dann muss halt auch ein paar zahnputz versuche machen man kann ja nicht zehn stunden zahne zähne putzen also das lassen uns aber alt zu spiel da falls falls es notwendig ist so mein infazit bis jetzt wie sagt wir benutzen es erst seit zwei wochen mega zufrieden also wirklich mega zufrieden wir sind wirklich glücklich damit wir können es genau sehen habe ich euch ja eben beschrieben kläne ist zufrieden und das ist die hauptsache eltern und kinder zufrieden kind verliert nicht die lust am zähneputzen also besser geht es doch nicht würde ich jetzt so sagen ich werde euch auch ein paar links zu playbrush unten in die video beschreibung packen ich hoffe ich konnte euch damit ein bisschen helfen oder den eltern vielleicht ein bisschen helfen auf meinem kanal wenn ihr noch fragen habt in die kommentare posten wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin hat euer odin